Entdecken und begreifen Sie die Welt mit Terramata, dem Natur- und Wissensmagazin. Koalas. Biologen befürchten, dass Australiens Wappentier bald aussterben könnte. Dr. Blaublut. Warum das Blut des Pfeilschwanzkrebses Millionen Leben rettet. Douglas DC3. Über 70 Jahre alte Flugzeuge verbinden die entlegenen Orte des kolumbianischen Regenwaldes mit dem Rest der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020